Hallo, ich bin die Maria. Ja, hallo, ich bin der Max. Hallo, ich bin der Jürgen. Hallo, ich bin die Christine. Hallo, mein Name ist Clemens. Hallo, ich bin der Mario. Ich bin die Jenny. Hallo, ich bin der Michael. Hallo, ich bin die Katrin. Hallo, mein Name ist Romana. Ich studiere Journalismus und Public Relations an der FH in Graz. Journalismus und Public Relations. Journalismus und Public Relations. Journalismus und Public Relations. Journalismus und Public Relations. Journalismus und PR. Media and Interaction Design. Ich bin von der FH-Johannin Kapfenberg vom ITM-Zweig. Ich studiere am ITM-11. Wir, das Streaming-Team, werden mit dem Journalismus-Zweig der FH-Johannin. Das Streaming-Team von der BEST in Graz umsetzen. Bei der BEST bin ich einerseits im Social Media Team tätig, andererseits sorge ich dafür, dass ihr zu Hause via Live-Stream auch mitkriegt, was hier am Messegelände so vor sich geht. Bei der BEST bin ich neben der Social Media Betreuung als rasende Reporterin am Messegelände unterwegs. Ich mache zusammen mit meinen Teammitgliedern die Streaming und bin halt mehr oder weniger für die Technik der Hardware verantwortlich. Bei der BEST bin ich zuständig für die Moderation der Live-Interviews und freue mich schon sehr auf diesen Job. Und auf der BEST werdet ihr mich entweder am Messestand finden, wo ich umringt bin von lauter Design-interessierten angehenden Studenten und Studentinnen oder es jetzt mich bei dem Streaming-Team bei jeder Ecke aushelfen, wo sie mich halt brauchen. chúng tauch lässt am Messegelände bei jeder Ecke an voller zur Weg spool IL